Hallo! Ich möchte dir heute etwas zeigen. Das ist eine Banane. Eine Banane. Die Banane ist gelb und die Banane ist krumm. Die Banane kann man schälen. Und dann kann man die Banane essen. Essen. Ich finde, die Banane schmeckt süß. Und ich finde, die Banane schmeckt lecker. Fertig. Tschüss! 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 Tschüss!